Hallo, mein Name ist Giano Thuber. Ich bin Projektmanager bei LOXON. Heute habe ich die ehrenvolle Aufgabe, Ihnen die neuen LOXON Air Produkte vorzustellen. Das erste LOXON Air fähige Produkt ist die Smart Socket. Sie ist perfekt für die Nachrüster geeignet. Mit der Smart Socket Air kann man eine gewöhnliche Steckdose Intelligenz verpassen. Sie ist schaltbar, sie verfügt über ein leistungsstarkes 16 Ampere W, das heißt selbst Heizlüfter, Klimageräte stellen kein Hindernis dar. Sie kann Energie- und Leistungsverbrauche aufzeichnen und deckt Energiesparpotenziale auf. Sie verfügt über eine integrierte Temperaturmessung, die zur intelligenten Raumregelung verwendet werden kann. Die Smart Socket Air dient als Signalverstärker und erweitert die Reichweite. Die Smart Socket ist weit mehr als eine intelligente schaltbare Steckdose. Sie verfügt über einen Button, welcher für das Auslösen eines beliebigen Schaltbefehls verwendet werden kann. Zusammen mit der LOXON Air Ws stellt Sie das LOXON Air Starterpaket dar. Seid gespannt auf die nächsten LOXON Air Produkte. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.